Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Christoph Leichtbeier und ich darf Sie sehr herzlich zum heutigen Lunch Update begrüßen. Die Zinsen fallen, Chancen am Aktienmarkt und bei Inflation, eine Gemengenlage, die sich sehr positiv darstellt, die aber natürlich auch gewisse Fragezeichen hinterlässt. Und wir wollen nun die nächsten rund 30 Minuten nutzen, uns die aktuellen Marktdaten anzuschauen und auch Überlegungen anzustellen, welche Opportunitäten sich aus dieser Situation ergeben könnten. Sie werden die Aufzeichnung selbstverständlich im Nachgang wieder zur Verfügung gestellt bekommen, sodass Sie ganz bequem die entsprechenden Charts und Überlegungen, die für Sie besonders relevant sind, noch einmal in Ruhe reflektieren können. Zunächst springen wir natürlich auch in das Thema hinein, die Agenda. Klar, Zinsen fallen, was tun? Dann Ruhe an den Aktienmärkten. Welche Chancen bieten sich? Da soll es nicht nur darum gehen, in die Kristallkugel zu blicken und zu überlegen, steht der Aktienmarkt in drei, sechs oder zwölf Monaten höher, sondern aus der technischen Perspektive sich das Ganze zu überlegen. Dann Inflation im Rückwärtsgang. Sehen wir hier vielleicht auch, dass der Markt an einigen Stellen übertreiben könnte und was würde das für die Portfolio Konstruktion bedeuten? Steckt ja vielleicht sogar eine Investitionschance drin, beziehungsweise auch welche Überlegungen sind hier für das Portfolio anzustellen? Zunächst mal sehen wir aktuell die Schlagzeilen überall, teilweise Allzeithochs bei den verschiedenen Indizes, aber Sie stellen auch fest, wenn Sie das Ganze betrachten, sehen hier zum Beispiel in dunkelblau den gleichgewichteten S&P 500. In gelb sehen Sie den klassischen S&P 500, da sehen wir aber eben auch, wenn wir das Kalenderjahr 2022 einbeziehen, dann könnte man auf der einen Seite sagen, ja, wir haben jetzt einen Allzeithoch. Auf der anderen Seite muss man aber auch konstatieren, dass die Aktienmärkte rund zwei Jahre gebraucht haben, um die Stände, die sie vor der Veränderung der Geldpolitik bereits hatten, wieder neu zu erreichen. Andersrum formuliert, in den letzten zwei Jahren hat der Aktienmarkt bis zur jüngsten Erholung die Cash-Verzinsung nicht geschlagen. Also Sie merken schon, Allzeithoch als eine Schlagzeile, zwei Jahre Dauer, um Verluste aufzuholen, als andere Schlagzeile. Beide Schlagzeilen sind für sich genommen richtig, da sie auf Pakten basieren, aber Sie merken schon, das Wording beeinflusst die Perspektive des Lesers natürlich sehr stark. Was wir dann hier in diesem türkisblau sehen, die Entwicklung des FANG-Plus-Index. Sie wissen, hier sind die etablierten Plattformunternehmen gebündelt. Wir sehen diese massive Outperformance und auch das hier eine Frage, wird die Marktbreite im nächsten Jahr zunehmen? Weil dieses Jahr waren ja bis zur jüngsten Rallys besonders die Tech- und Plattformunternehmen, die die Märkte getragen haben. Sie sehen es hier, der Gleichgewicht der S&P 500 bis vor wenigen Wochen ja noch im Minus. Dementsprechend hier nochmal die Gewichtungsmethoden dargestellt, weil das auch eine große Frage natürlich für die Aktienallokation sein wird. Wir sehen hier, wie gesagt, den gleichgewichteten Index in türkisblau. Und nochmal, Sie sehen hier, wir hatten vom 52 Wochen tief bis zum 52 Wochen hoch, hat das nur jetzt rund fünf oder sechs Wochen gedauert. Also eine unheimlich starke Bewegung und das ist natürlich die große Frage, wie eben schon mal ausgeführt, macht es jetzt Sinn, auch auf kleinere und mittler kapitalisierte Unternehmen zu setzen? Entweder über Small-Cap-Ansätze, kommen vielleicht Value-Ansätze auch wieder stärker zurück? Oder wählt man zumindest den Weg der Gleichgewichtung? Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das im Portfolio umzusetzen, aber die Frage, die werden sich viele Investoren stellen. Der Blick auf das eigene Portfolio, auf die Größen- und Branchenzusammensetzung, der macht an dieser Stelle durchaus Sinn, weil Sie sehen diese Diskrepanz an dieser Stelle. Natürlich nicht nur der Aktienmarkt mit starken Bewegungen, sondern auch die Renditen der Anleihen. Dann hier mal exemplarisch die Zinsstrukturkurve für deutsche Staatsanleihen. Auf der horizontalen Achse sehen Sie die Restlaufzeit, auf der vertikalen Achse sehen Sie den Perno-Zins abgetragen. Und Sie sehen, wenn Sie das Ganze mal betrachten, zum Beispiel vor einem Monat in Rot und im Vergleich zu jetzt, dann sehen Sie mal in diesen vier Wochen bei den fünfjährigen deutschen Staatsanleihen, da gab es eine ordentliche Bewegung nach unten und hier stellt sich natürlich nun auch die Frage, ist das angemessen oder ist das vielleicht auch eine gewisse Übertreibung? Aber was man auf jeden Fall zur Kenntnis nehmen muss, diese Bewegung in diesem kurzen Zeitraum, die war schon sehr, sehr auffallend und das etwas, was wir nicht jedes Jahr in diesem Umfang sehen. Von daher stellen die Anleger sich die Frage nach vorne, welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt? Jetzt auf der einen Seite dachte man, naja gut, higher for longer, also das Thema, die Zinsen bleiben genauso wie die Geldpolitik restriktiv, also auch die Notenbanken bauen ihre Bilanzsummen entsprechend ab. Das ist ja wichtig, um in der Zukunft bei wirtschaftlichen Problemen oder auch bei einem geopolitischen Ereignis auch antizyklisch etwas tun zu können. Das war das Motto der Stunde oder sagt man, naja gut, die Zinsen bleiben zumindest konstant auf diesem Niveau oder sehen wir sogar fallende Zinsen und Renditen. Und von daher, bis vor wenigen Wochen hat man das Wording speziell der amerikanischen Notenbanken verstanden, dass das hier das große Thema ist. Aber nach den jüngsten Kommunikationsthemen ist wohl eher die Erwartungshaltung, dass sich die US-Notenbank der Markterwartung anpasst. Man hat hier drei Zinssenkungen kommuniziert im Jahr 2024. Mittlerweile preist der Markt sogar noch mehr Zinssenkungen ein und wenn man sich verschiedene Indikatoren betrachtet, muss man sich schon die Frage stellen, ob der Markt hier nicht wieder etwas seiner Zeit voraus ist. Aber viele sind natürlich auch konditioniert durch das Nullzinsumfeld, was wir seit der globalen Finanzkrise und auch der Euro-Staatsschuldenkrise gesehen haben. Also das, die Punkte und von daher die fallenden Zinsen, die haben wir gesehen und was ist jetzt nun zu tun? Zum einen, wenn Sie an Ihre private Vermögensbilanz denken, dann starten wir mal mit der Rücklage und hier sehen wir immer noch, dass viele Banken den Anlegern keinen angemessenen Zinssatz bieten. Auch die großen Direktbanken zum Teil dann 1 oder 1,25 Prozent für Tagesgeld. Teilweise gibt es mal eine Aktion für Neukunden, aber da der Einlagezins bei der Europäischen Zentralbank bei 4 Prozent steht, der Spitzenrefinanzierungssatz bei 4,5 Prozent und Geldmarktfonds eben in dieser Größenordnung notieren, also irgendwo zwischen zumindest mal 3 und 4 Prozent stellen wir hier oft fest, dass die Bankmarge in Relation zur Verzinsung des Anlegers zu niedrig ist. Sie wissen, das Thema lässt sich beispielsweise über Geldmarktfonds oder eine weitere Flexibilität lösen. Also das Thema als Dauerbrenner immer noch vorhanden. Dann bei der Kapitalanlage, Sie wissen, wir unterscheiden bei Anleihen die verschiedenen Rollen. Wenn Sie Anleihen halten im Portfolio als Quelle für ein Rebalancing, weil Sie sagen, wenn Aktienmärkte fallen, wenn Kreditrisikoprämien steigen, dann möchte ich antizyklisch in diese wachstumsorientierten Teile meines Vermögens investieren. Dann benötigen Sie kurzlaufende Staatsanleihen hoher Bonität. Wenn Sie auf der anderen Seite sagen, naja, wenn die Wirtschaft vielleicht doch in eine Rezession abrutscht, also eine echte Rezession, die wir vielleicht auch am Arbeitsmarkt dann mal deutlich spüren und Renditen wie Wachstumserwartungen fallen, dann brauche ich natürlich eher längere Laufzeiten, weil je länger die Laufzeit, desto stärker partizipiere ich von fallenden Zinsen und Renditen. Also das Thema Duration, was im Zinsanstieg wehgetan hat, hat natürlich im Portfolio-Kontext als Gegenspieler zum Aktienmarkt eine gewisse Rolle. Zumindestens dann, wenn wir als Auslöser nicht wie in 2022 Inflationsüberraschungen haben, weil dann fallen Aktien und Anleihen gemeinsam. Aber wenn wir ein klassisches Muster einer Rezession erwarten würden, dann sind natürlich Staatsanleihen, Bonität stärker Staaten, die wären tendenziell eine Vermögensklasse, von der man erwarten würde, dass sie in einem klassischen Rezessionsmuster Kursgewinne produzieren würde. Also Sie sehen schon Diversifikationseffekt, dann in Sachen Duration mit anderen Anforderungen. Dann das andere Unternehmensanleihen, das zusammengesetzte Papiere auf der einen Seite der sicheren Staatsanleihe, plus einer Kreditrisikoprämie. Die Experten sprechen von sogenannten Spreads, also als Form von Aufschlägen. Diese Aufschläge sind momentan relativ niedrig, von daher muss man hier auch genau hinschauen, wo man sich positioniert. Aber Sie merken schon, je nachdem, welche Rolle von Anleihen Sie in der Portfolio-Struktur vorsehen, haben Sie unterschiedliche Charakteristika, die Sie zu berücksichtigen haben. Auf der Passivseite, wenn Sie in Ihre eigene Vermögensbilanz denken, der jüngste Zinsrückgang, der vielleicht überzogen ist, vielleicht auch nicht, der wird auch dazu führen, dass Baufinanzierungskonditionen günstiger werden, also dass sich die Zinsen für langfristige Hypothekendarlehen reduzieren. Und wenn Sie hier zum Beispiel Darlehen haben, die in den nächsten drei Jahren fällig werden, dann könnte man sich mal mit Forward-Darlehen beschäftigen. Also eine Möglichkeit, um bereits für einen Zeitpunkt in der Zukunft, wenn ein bestehendes Darlehen fällig wird, sich einen gewissen Zins zu sichern. Das kostet einen gewissen Aufschlag, man muss das kalkulieren. Aber je nachdem, welche betriebswirtschaftliche Kalkulation bei einer vermieteten Immobilie zugrunde liegt oder wie die Thematik für die eigennutzte Immobilie im Rahmen der Haushaltsrechnung ist, sollte man das zumindest mal auf dem Schirm haben in der nächsten Zeit. Dann betriebliche Anleger mit Pensionsverpflichtung durch die gestiegenen Zinsen, sehen wir hier natürlich auch perspektivisch bilanzielle Entlastungen. Das ist natürlich ein Aspekt mit Ausführung auf die Anlagestrategie, deswegen, da es oft übersehen wird bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, den Punkt mal aufgegriffen, aber auch für die Bewertung der eigenen Ruhestandsfinanzierung. Sie kennen das bei uns aus der Ruhestandsplanung, bei der wir immer errechnen, welchen Grad der Versorgung im Ruhestand, wie hoch ist der Ausfinanzierungsgrad? Optimal natürlich 100 oder mehr als 100 Prozent, aber wenn es weniger sind, da sehen wir eben auch einen sehr direkten Einfluss der Zinsen, weil letztendlich die sehr lange Phase eben dieser Langlebigkeitscharakter bei Renten und Ruhestandsplanung eine Rolle spielt. Und da sind 1, 2 Prozent Bewegungen im Zins natürlich extrem dramatisch für den Ausfinanzierungsgrad. Also auch das Thema Update der Ruhestandsplanung sei hier nochmal aufgegriffen als Thema. Kommen wir zu den Chancen und was Sie hier zunächst sehen, die Volatilität in Indexpunkten. Oben dargestellt für den V-Stocks, dass die aus Optionspreisen abgeleitete Volatilität, die sogenannte implizite Volatilität für den Euro-Stocks 50. In Türkis sehen Sie dementsprechend den 12-Monats gleitenden Durchschnitt. Unten für den WIX, das Maß für den S&P 500. Sie sehen im Endeffekt die Volatilitäten deutlich unter ihren 12-Monats-Ständen insgesamt auf einem eher niedrigen Niveau. Und grundsätzlich gilt, je niedriger die implizite Volatilität, desto günstiger sind Optionspreise. Und wenn wir das Ganze mal uns momentan betrachten beim Thema Chancen, Niedrige Optionspreise bedeuten natürlich zum einen, dass die Absicherung von Aktienbeständen günstig ist, also Ceteris Paribus, je niedriger die eingepreiste Volatilität, desto günstiger im relativen Vergleich die Absicherung zu Phasen, wo die Volatilität eben höher ist. Und natürlich auch im Umkehrschluss die Partizipation an steigenden Märkten, die zum Beispiel über Call-Optionen dargestellt werden kann, auch die ist natürlich günstiger. Also das Thema Optionspreise für sich spielt eine gewisse Rolle. Was das bedeutet, sehen wir auch gleich nochmal. Eine andere Komponente, die man nicht ganz vergessen darf in den Überlegungen, wir haben jetzt den Jahresstart vor uns. Viele institutionelle Investoren arbeiten mit Risikobudgets. Aufgrund des Jahresstarts werden neue Risikobudgets zur Verfügung stehen. Aufgrund des höheren Zinsniveaus ist auch das Risikobudget Ceteris Paribus höher als bei niedrigeren Zinsniveau. Dazu für noch eine niedrige Volatilität tendenziell bei trendgesteuerten Anlagestrategien zu höheren Partizipationsquoten, sowohl auf der Aktienseite als auch beim Thema Duration. Und wir haben ein sehr, sehr hohes Volumen an der Seitenlinie, weil im Rahmen der steigenden Zinsen haben sich viele Anleger erstmal am Geldmarkt positioniert, weil man dachte, die Zinsen bleiben länger hoch. Jetzt haben wir insbesondere in den USA eine rhetorische Rolle rückwärts, die vielleicht auch wieder zum Teil eingefangen wird. Aber erstmal ist momentan diese Angst da, dass man jetzt die Chance verpasst, sich entsprechende Restlaufzeiten einzupassen. Das könnte natürlich dazu führen, dass Geld aus den Geldmarktfonds in Anlageprodukte, beispielsweise in Fonds fließt, beziehungsweise an den Kapitalmarkt allgemein und eben dieses Geld von der Seitenlinie dazu führt, dass trotz aller Diskussionen darüber, sind die Märkte jetzt teuer, sind sie jetzt billig, muss man Aktien gleichgewichten oder doch die marktkapitalisierungsgewichtete Logik wählen, dass man hier eben eine positive Bewegung bekommt. Kommen wir zurück zu den Optionspreisen. Wir sprachen ja auch über Chancen. Grundsätzlich gilt für Garantie- und Partizipationskonstruktionen, je höher die Zinsen und je höher, oder je höher die Zinsen und desto niedriger die implizite Volatilität und wir haben trotz des Renditerückgangs immer noch natürlich ein sehr attraktives Zinsniveau im historischen Vergleich. Und diese Kombination aus noch hohem Zinsniveau und niedriger Volatilität ist ein extrem gutes Umfeld für Garantie- und Teilsicherungsstrategien, ob man sie selbst bastelt in der Logik seiner Anlagestrategie oder ob man sie zum Beispiel über strukturierte Produkte abbildet. Das muss jeder für sich in seiner Anlagestrategie selbst abwägen, aber grundsätzlich gilt, unabhängig von der Markterwartung zu Zinsen und zur Aktienmarktentwicklung gilt, mit technisch formuliert, dass die aktuelle Situation stellt sich noch sehr positiv dar für Garantie- und Teilsicherungsstrategien. Wo das Ganze noch vorurteilhaft ist, diese günstigen Optionspreise, ich habe Ihnen das mal hier mitgebracht, was Sie hier sehen, ist in türkisblau haben Sie einen S&P 500 Strategieindex, der auf Monatsbasis immer Put-Optionen kauft, die 5% aus dem Geld sind. Das gleiche haben Sie in Rot für den DAX. Hier werden allerdings quartalsweise diese Put-Optionen erworben, die 5% aus dem Geld liegen. Wichtig ist natürlich hierbei zu verstehen, diese 5% sind nicht der maximale Verlust, sondern immer nur für die Laufzeit der Optionen und das sind Indizes, die nicht investierbar sind. Und was Sie hier entsprechend nochmal in diesem türkisblau sehen, dass eine aktive Strategie, Sie wissen, dass die Strategie globale Aktienprotective Put, die als Zertifikat erwerbbar ist, die 2021 eingeführt wurde für Kunden der Vermögensverwaltung, die aber als Zertifikat auch für andere Anleger zur Verfügung steht. Und auch da gilt natürlich, keine Anlagestrategie sieht befriedigend aus, wenn sie absolut noch im Minus ist über zwei Jahre. Aber wenn man sich überlegt, dass man anstatt dessen das Geld auf dem Konto gehabt hätte, dann speziell im Jahr 2023, dann helfen natürlich auch solche Strategien, um eben das Timing-Risiko, wann investiere ich in die Märkte, zu reduzieren. Und auch hier spielt natürlich wieder der Aspekt mit rein, niedrige Volatilität schafft da aktuell ein vernünftiges Profil. Also auch das etwas, mit dem man sich beschäftigen soll. Dem Umkehrschluss zu dieser sehr positiven Rahmenbedingungssituation, Strukturen wie beispielsweise Bonus-Zertifikate, die darauf aufsetzen, dass sie einen gewissen Puffer haben nach unten, dort sind die Konstruktionen immer umso günstiger, je höher die eingepreiste Volatilität. Also sprich, man muss sehr genau schauen, mit welchen Optionalitäten man sich beschäftigen will. Bildgünstig für Absicherungen, momentan eher negativ für solche Bonus- und Teilschutzstrukturen. Ganz wichtiger Punkt. Inflation im Rückwärtsgang, die Markterwartung, was haben wir da als Investitionschance? Hier mal die Inflationserwartungen mitgebracht, in Türkis für die Eurozone, in Dunkelblau für die USA. Das sind die marktbasierten Daten, die in der Vergangenheit auch oft etwas falsch waren, aber die aber auch, muss man hier sagen, nie dieses Level mitgemacht haben, was wir bei den tatsächlichen realen Konsumentenpreisen gesehen haben. Und hier sehen Sie jetzt aus diesen abgeleiteten Tauschgeschäften, den sogenannten Swaps, eine sehr niedrige Inflationserwartung, vereinfacht gesprochen. Wenn man davon ausgeht, dass die Inflationserwartung, die in diesen Tauschgeschäften eingepreist ist, zu niedrig ist und wir eher eine negative Inflationsüberraschung nach oben bekommen, dann könnte es natürlich eine Überlegung sein, sich darin zu engagieren. Da gibt es Möglichkeiten über inflationsgebundene Anleihen, die haben aber auch wieder eine Restlaufzeit-Thematik. Es gibt aber auch zum Beispiel einen ETF, der das Thema Inflationserwartung direkt abbildet. Nur grundsätzlich, je nach Portfolio-Konstruktion, gibt es zwei Lösungsansätze. Einmal über die Anleihen mit Inflationsschutzkomponente oder eben direkt über einen ETF, der diese sogenannte Break-Even-Inflation versucht abzugreifen. Wichtig ist nur, sich mal damit zu beschäftigen und abzuwägen, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn. Dass wir speziell für Europa natürlich auch eine ganz angenehme Situation haben, heute Morgen die Konsumentenpreise in der Kernauswertungsthematik, also exklusive Energie- und Nahrungsmittel minus 0,6% im Monatsvergleich. Sie sehen im Endeffekt auch hier, die Inflationsdaten kommen zurück. Aber man muss sich klar machen, die Veränderungsrate ist immer noch positiv. Das absolute Level der Preise, das merken Sie alle im Supermarkt, an der Tankstelle und beim Urlaub buchen, ist natürlich immer noch deutlich höher als vor zwei oder drei Jahren. Und deswegen stellt sich natürlich die Frage, was werden die Arbeitnehmer bei den Löhnen fordern? Und hier mal ein Index zur Lohnentwicklung für die Eurozone von der Europäischen Zentralbank. Und wenn man sich hier das Thema Lohnindikator anschaut, dann muss man sagen, dann sieht das Stand jetzt nicht so wirklich nach Disinflation aus, sondern diese Komponente muss die Europäische Zentralbank auf dem Schirm haben. Und deswegen glauben wir auch, dass die Kommunikation der Europäischen Zentralbank, die ja deutlich anders war als in den USA, auch die Norweger und die Bank of England hat sich hier anders positioniert als die Amerikaner. Das muss man schon auf dem Schirm haben, weil wenn wir eben bei der Lohnentwicklung hier Zweitrundeneffekte sehen, dann hätte das natürlich entsprechende Auswirkungen. Und das würde auch die Notenbank gegebenenfalls wieder in eine neue Argumentation bringen. Dann die Rohstoffpreise, die haben sich jetzt auch sehr entspannt. Sie wissen, wir hatten oder müssen bei Rohstoffen immer differenzieren zwischen dem Spotpreis des Rohstoffes, also vereinfacht gesprochen, sie stellen sich das Barrelöl in den Keller, da sie sich aber in der Realität nicht das Barrelöl in den Keller stellen, sondern sie typischerweise über Finanzderivate am Terminmarkt auf Rohstoffpreisentwicklungen setzen. Da haben sie dann Effekte über die sogenannte Terminkurve, Terminkurve, das kann Contango sein oder Backwardation, auch der Sachverhalt, dass sie aufgrund der Hebelwirkung der Derivate nur einen Teil einsetzen müssen, bringt noch eine Zinskomponente mit rein. Das ist alles wichtig, wenn man sich damit beschäftigen möchte bei der konkreten Investition. Aber die Grundthematik, die kann natürlich sein, Rohstoffe sind momentan sehr unbeliebt. Macht es Sinn, eine gewisse Partizipation an einem negativen Rohstoffpreiseffekt im Portfolio zu integrieren? Entweder über Investitionen in Rohstoffe mit vielen technischen Besonderheiten, mit denen man sich genau auseinandersetzen muss, bevor man investiert, oder über die Abbildung von Branchen im Rahmen der Aktienquote, was sie vielleicht ja auch schon bekommen, wenn sie Substanzwertkomponenten in der Aktienquote höher gewichten. Also auch hier das Zusammenspiel zwischen Aktienquote, Rohstoffentwicklung oder Partizipation im Portfolio, vielleicht sogar mit dem Thema, wie bin ich in der Anleihenquote aufgestellt, Wichtigwort Inflationstauschgeschäfte. All das muss zusammenspielen, um hier auf das relevante Niveau zu kommen. Deswegen Inflation besiegt oder böse Überraschungen? Ich denke, die Preisentwicklung bei den Renditen und am Aktienmarkt in den letzten Wochen, die Botschaft ist ganz klar, Inflation besiegt. Die Notenbank weiß es nur noch nicht. Final, die Notenbanken werden ihre Geldpolitik deutlich stärker lockern, als sie das selbst kommuniziert. Und das kann natürlich auch zu bösen Überraschungen führen. Zum Beispiel ein Angebotsschock, der zu steigenden Rohstoffpreisen führen würde. Auf der anderen Seite vielleicht auch das Thema, ist die Inflation am Kapitalmarkt zu günstig bewertet? Soll man also jetzt Inflationserwartungen kaufen? Also diese Punkte, die drängen sich natürlich auf. Vielleicht sind diese Fragestellungen auch unterschiedlich zu beantworten, je nachdem, ob sie sich im Euro- oder im Dollarraum bewegen. Da aber Anlagestrategien typischerweise global aufgestellt sein sollten, macht es Sinn, diese Frage auch getrennt zu beantworten und dann in ihrer Wirkung im Gesamtportfolio-Kontext zusammenzuführen. Ja, meine Damen und Herren, das soll es auch mit den Ausführungen schon gewesen sein. Ich darf hier nochmal auf unser E-Book verweisen, natürlich auch grundsätzlich auf unseren Newsletter. Ich darf Ihnen allen schon mal schöne Weihnachten und einen guten Rutsch in ein neues, gesundes und erfolgreiches Jahr 2024 wünschen. Und ich darf nun die Aufzeichnung an dieser Stelle beenden und darf Sie nur noch einladen, gerne Fragen zu stellen. Nutzen Sie hierzu gerne die Funktion, die die Software Ihnen bietet. Ansonsten gilt wie immer, der direkte Draht ist oft der beste. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, kommen Sie gerne direkt auf uns zu. Für Kunden in verwalteten Strategien werden diese Überlegungen ohnehin automatisch berücksichtigt, aber für Anleger, die eigenbestimmte Entscheidungen treffen oder auch noch kein Kunde bei uns im Haus sind, vielleicht ein guter Ansatz, um mal über die Anlagestrategie und die Portfoliokonstruktion nach vorne zu sprechen. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen nur das Beste. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.